Da sind wir auch schon zu Hause, in unserem wunderschönen Ferien-Resort. Freunde, mein Name ist Easy Cheesy und damit Ahoy und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft House. Und es geht nach Haus, denn wir wohnen momentan tatsächlich in einem Ferienort. Wie genau ist das denn? Das ist unser Haus. Da sind auf einmal Bretter. Warte, was ist jetzt? Zu vermieten? Hä? Entschuldigung? Hallo? Wieso komme ich nicht in mein Haus rein? Hä, wer hat denn hier Bretter vor die Tür genagelt? Hallo, Schinken? Schinken, machst du mir kurz auf? Hallo? Warte mal, was ist mit Lia? Vielleicht kann die mir helfen, die hat bestimmt einen Brechstange. Lia hat auch Bretter vor dem Fenster? Hä? Lia? Ist irgendjemand da? Hä, was soll denn das? Was ist hier los in unserem Haus? Das darf doch nicht wahr sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben einen Brief bekommen. Lass uns hier mal lesen. Alter, wer schickt mir denn einfach einen Fisch? Was zum... Sehr geehrter Hotelgast, aufgrund nicht erfolgter Zahlung bitten wir Sie, Ihr Zimmer umgehend zu räumen. Ihre Habseligkeiten wurden bereits auf ein Boot verfrachtet. Mit freundlichen Grüßen, der Hoteldirektor. Warte mal. Und der hat mir einen Fisch geschickt. Nein! Die werfen uns raus. Nur weil ich die Miete nicht bezahlt habe. Das ist doch kein Grund, jemanden rauszuwerfen. Ihren Fisch können Sie behalten, Sir. Was soll ich denn damit? Warte, ein Boot. In ein Boot verfrachtet. Meine Habseligkeiten. Wo ist denn dieses Boot? Es muss ja am Meer sein. Es muss ja wahrscheinlich am Wasser sein. Warte, wenn Lias Haus auch zu genagelt ist und Aiden's, dann sind die wahrscheinlich auch nicht da. Oh mein Gott! Da vorne steht was? Da sind ja alle! Oh mein Gott! Nein! Wir wurden alle rausgeworfen! Lia, was ist hier los? Sag mal! Haben die dich auch rausgeworfen? Ja, haben sie! Naja, immerhin kehren wir jetzt gemeinsam heim. Du siehst das aber positiv. Aiden, haben sie auch... Na, schnarchnase, alles gepackt. Ich habe gar nichts gepackt. Scheinbar haben die meine Habseligkeiten. Alles gut, Lilly. Das ist übrigens meine Tochter, die ich aus dem Tierheim adoptiert habe. Ähm, endlich geht's nach Hause, Mama. Äh, yeah, cool. Ich, äh, freu mich. Stimmt, wir waren lange nicht zu Hause, weil irgendjemand... Ich gucke jetzt niemanden an. Da ist auch niemanden zu sehen, von dem ich rede. Äh, hat die gesamte Map gesprengt, auf der wir waren in Minecraft House. Und deswegen mussten wir hierher zurückkehren. Aber ja, gut, alles klar. Gucken wir mal, wie es zu Hause ausschaut. Sieh mal, Izzy, die Boote stehen bereit. Äh, okay, alles klar. Ja, 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 oh, da sind sie tatsächlich. Es ist Zeit, nach Hause zurückzukehren. Ja, wunderbar, dann machen wir das doch. Such dir ein Boot aus. Und los geht's. All right. Schinken, ähm, ich glaube, du nimmst am besten ein Boot für dich alleine. Weil mit dir dicken Schweinchen geht das bestimmt sonst unter. Freunde, wir sind fast zu Hause. Endlich nach so langer Zeit. Ich bin so gespannt, wie es ausschaut. Okay, noch sieht alles ganz normal aus. Okay, nein, 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 man sieht noch. Man sieht noch die Nachwehen des TNT-Angriffs. Das ist in Ordnung. Ich meine, der Strand steht noch. Von daher, es scheint gar nicht mehr so viel kaputt gegangen zu sein. Äh, da oben ist auf jeden Fall noch TNT. Wie, wir parken ja erst mal. Ich glaube, die anderen waren ein bisschen schneller als ich. Die sind ein bisschen schneller gerudert. Und, äh, der ein oder andere ist vielleicht auch auf hoher See untergegangen. Ich weiß nicht genau. Mal gucken, wer das hier heute überlebt hat. Aber ich werde es, denke ich, mal sehen. Also, wir gucken uns erst mal hier um. Okay, äh, Mädels. Ich weiß, ihr wollt euch hier sonnen. Aber wisst ihr, TNT ist hochentzündlich, okay? Also, wenn das hier zu lange in der Sonne steht, da wäre ich vorsichtig. Ich würde es an eurer Stelle mal abbauen. Aber macht, wie ihr denkt, okay? Äh, wir gucken mal weiter. Hier ist auf jeden Fall ein Loch reingesprengt worden. Aber die Sandburg steht noch. Das ist ja irgendwann schon mal was. Ich will nicht wissen, wie mein Zuhause aussieht, Leute. Der Melonenbaum. Okay, das heißt, wir sind fast zu Hause. Also, hier steht wieder TNT rum. Okay, das müssen wir wieder mitnehmen. Okay, wer... Wieso brennt das hier noch alles? Ja, auch. Das schöne Lagerfeuer. Nein, es steht noch. Es steht noch. Es ist nur hier drum, um das Lagerfeuer explodiert. Also, es geht eigentlich. Ist das in Ordnung? Mein Gott. Aiden, du altes Haus. Aiden, du altes Haus. Was ist mit deinem Haus passiert? Oh no. Hier ist schon wieder TNT, was rumsteht. Aber Leute, mein Haus... Äh... Okay, ist ein bisschen was kaputt. Da ist so eine kleine Spur aus TNT. Spaghetti! Was macht... Oh mein Gott, pass auf, Spaghetti, dass du nicht ins Feuer rennst. In die Flammen. Bleib einfach hier sitzen, okay? Ich glaube, hier bist du relativ sicher. Bleib einfach hier. Wenn ich auf die Straße setzen... Ähm... Ähm... Sag mal... Easy? Was machst du denn hier? Hast du jetzt mal die Party des Jahres ohne mich gemacht? Ja, aber schön. Warum hast du mich nicht eingeladen? Das sieht aus, ob hier eine richtige Party stattgefunden hat. Auf jeden Fall. Nächstes Jahr bist du auf jeden Fall eingeladen. Erstens müssen wir jetzt aufräumen, weil es ja nach großen Partys muss erst mal aufgeräumt werden. Dafür habe ich dich hier heute eingeladen, Flo. Du kannst es sauber machen, okay? Du bist der Saubermann. Alles klar, Leute. Willkommen hier auf jeden Fall. Flo ist heute mit am Start in Minecraft House. Und ich würde sagen, ja, was machst du hier eigentlich? Was willst du eigentlich, ja? Ich versuche rauszufinden, was hier passiert ist. Also so ein kleines Experiment mit TNT von meinem Nachbarn. Gab es mal kein Pool springen vom Dach? Ja, natürlich kann man das. Das habe ich schon eine Million Mal gemacht. Das ist kein Problem. Oh, hier ist mein Dachboden aufgesprengt. Achso, scharf. Ja, nice. Nein, mein schöner Dachboden. Alles ist aufgesprengt. Alles ist kaputt. Was ist das? Eine Rakete? Schinken, warum bist du in ein Loch gefallen? Flo, kennst du mein Schwein schon? Ja, Schinken. Ja, Schinken, mein kleines Schwein. Guck mal hier. Wo ist der? In dem Loch hier vorne. Wir müssen es irgendwie rauslassen. Warte mal. Oh. Wollen wir retten? Okay, Schinken, komm raus. Du kannst hier rauskommen. Hallo. Ich glaube, der holt sich noch erst von der Party. Er hat irgendwie, Schinken, nicht den Kopf in die Wand stecken. Es heißt, den Kopf in den Sand stecken, Schinken. Okay. Ja, willkommen auf jeden Fall, Flo. Das ist mein Garten. Yeah. Alter, was für eine ultra nice Rakete. Hast du die gesehen? Die hatte so alle Farben. Die sah voll fancy aus. Yeah. Flo war übrigens schon mal zum Besuch in Minecraft House. Allerdings in unserem alten Hood. Oder in unserer alten Hood. Ich weiß gar nicht mehr. In der alten Nachbarschaft. Ja, in der alten Nachbarschaft. Und jetzt ist er hier auf jeden Fall dabei. In der neuen. Das ist Ravioli hier. Das ist der Hund von meinem Nachbarn. Ravioli? Ravioli ist nicht irgendwas zum Essen? Ravioli sind so gefüllte Nudeln, ja. Aber for cute, oder? Yes, exakt. Okay. Was willst du sehen? Möchtest du mal ein wunderschönes Haus sehen? Das, was davon übrig ist? Ja, gerne. Warum auch immer hängt hier jetzt Halloween-Deko? Ich weiß gar nicht, dass ich die hier aufgehängt habe. Irgendwie ist hier so ein bisschen was los gewesen. Ich weiß nicht. Du bist ein bisschen her, als du hier warst wahrscheinlich. Ich war auch, also, ähm, ich baue dir mal eine Treppe. Warte. Ich glaube, wir haben keine andere Wahlflug. Wir müssen die Treppe aus dem Tee bauen. Ich hoffe nicht, dass es nachher noch angezündet wird oder so. Ja, wir kommen auf jeden Fall in mein Badezimmer. Ähm. Oh. Warte mal. Kann ich hier duschen? Irgendwie fehlt hier der Boden. Du kannst es versuchen. Ich weiß nicht, ob die Wasserleitungen noch so heil sind. Ähm. Hier vorne ist mein Schlafzimmer. Äh. Das war es zumindest ziemlich lange. Es ist 8 Uhr morgens. Oh Mann. Viel zu früh. Oh mein Gott. Das war eine lange Nacht. Yeah. Und eigentlich habe ich noch einen Dachboden. Ähm. Ja, doch. Man kommt sogar nach Europa auf den Dachboden. Ähm. Ja. Willkommen auf jeden Fall. Ja, das ist klar. Du weißt die Dachterrasse. Soll ich dir vielleicht die Stadt so ein bisschen zeigen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl hier von meinem Haus ist nicht so viel übrig geblieben. Warte, was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Bitte nicht. Oh oh. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay. Ich habe es unterbrochen. Ich habe es unterbrochen. Nicht, dass hier noch irgendwas angezündet wird. Okay. Das wollen wir wirklich vermeiden. Jetzt zeig mal alles so ein bisschen. Gab es schon genug, was hier los war. Alright, kommen wir mit hier. Ich glaube, hier hat sich so ein bisschen was verändert. Weil normalerweise war hier eigentlich ein Tierladen. Äh. Ja, jetzt gibt es hier schon mal Eiscreme. Ich weiß nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, die haben das alles ein bisschen wieder aufgebaut, seit hier alles gesprengt wurde. Und es sieht ein bisschen anders aus als vorher. Aber das passt schon. Okay. Hier vorne wohnt meine Tochter. Ähm. Lilly. Oh. Die wohnt hier. Kennst du die schon? Hast du meine Tochter hier kennengelernt? Ich dachte, hier ist irgendwie Lizzie oder so. Lizzie ist ihre Katze tatsächlich. Aber meine Tochter heißt Lilly und ich habe sie adoptiert in einem Tierheim. Da war sie mutterseelenallein. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme sie einfach mal mit. Irgendjemand hat sich aber für einen Hund gehalten. Äh, Schinken. Was machst du denn hier? Mein kleines Schweinchen. Hä? Was soll das? Okay. Schinken kommt scheinbar irgendwie mit hier heute. Hast du Karotten in der Tasche oder sowas? Äh, yeah. Das ist auf jeden Fall ihr Haus. Aber Flo, wir können nicht einfach bei ihr einbrechen. Wir können nicht einfach. Komm mit hier. Wir können nicht einfach bei ihr einbrechen. Das geht nicht. Okay. Komm mit. Ich zeig dir nochmal ein bisschen die Stadt hier. Okay. Wir sind ja relativ schnell unterwegs hier auf dem Beton. Ich bin im Freizeitpark. Äh, yeah. Wir haben hier auf jeden Fall. Oh, mach mal das TNT weg. Ich glaube, wir wollen die Stadt so schützen. Äh, genau. Hier vorne ist ein kleiner Pier mit ein paar Karussells und so einem Kram. Ähm, ziemlich nice eigentlich. Oha. Dann haben wir hier vorne auf der linken Seite die Feuerwehr. Ähm, die brennt irgendwie ironischerweise hier gerade. Die Tür war auch schon mal heiler. Ich denke schon. Die Feuerwehr. Warte mal. Wer löscht eigentlich die Feuerwehr? Wer löscht das? Ich weiß es nicht. Guck mal, die Jungs stehen da einfach nur rum und machen gar nichts. Ich weiß nicht, was es soll. Naja. Jedenfalls auf der anderen Seite haben wir hier die Schule. Äh, da bin ich auch zur Schule gegangen. Hab mein Abitur mit 0,7 gemacht. Du kennst mich ja. Warte mal. Und, warte mal, was? Genau. Dann kommen wir hier auf jeden Fall zum Stadtzentrum. Ich baue mal ein bisschen was von dem TNT ab. Hier ist eine Polizei. Und da vorne ist so ein kleiner Klamottenladen. Ziemlich nice. Äh, plus Friseur. Finde ich eigentlich ganz nice. Wo bist du eigentlich schon wieder hin? Ach, da vorne. Ja, komm. Alles klar. Komm mal mit, äh, das TNT hier wieder. Okay. Verläuft das sicher in deiner Stadt. Äh, was? Nein, die sind eigentlich ganz klein und niedlich. Ich finde die voll schön. Äh, hier haben wir einen Spukladen auf der Seite. Da bin ich auch schon ein paar Mal eingebrochen. Spukladen? Schmuck, 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 da schmuckt es in dem Laden. Dann, äh, ich ziehe links das Reisebüro, falls du mal irgendwo hin verreisen willst, äh. Oh, Neu-Österreich? Oh, Neu-Österreich. Na klar, aber du bist doch schon in Österreich. Was willst du denn noch in Österreich? Oh, man. Äh, und da hinten ist der gute alte Edeké und das Crankenhaus. Das ist da vorne, ja. Äh, da kannst du auch mal hin, wenn du möchtest. Das Crankenhaus? Und da kannst du dir mal einen kleinen Besuch abstatten. Dann müssen die wieder ins Kalk haben. Ja, vielleicht machen wir das den Tier wirklich mal weg. Aber das war eigentlich wirklich so die Stadt hier in Minecraft-Haus. Sehr klein und süß. Aber irgendwie hätte ich Lust auf was Neues. Meinst du, ein Reisebüro haben die vielleicht... Ja, ja, weißt du, guck mal. Reisebüro. Was ist das hier? Wir machen jetzt hier, warte. Was machst du? So. Okay. Nicht Reisebüro, sondern Reisefloh. Reisefloh. Der reisende Floh. Ich hab so ein neues Haus jetzt gesehen. Das war sogar so ein guter Preis drin. Ich kann dir mal die Koordinaten drüber schicken, wenn du Interesse hast. Warte mal, wo liegt das? Liegt das in einer schönen Stadt oder eher so auf dem Land? Oder mehr so eine Gegend, so ein Grundstück. Da stand irgendwie so dabei. All inclusive. Also ich nehme dein Haus gleich mit in den Koffer. Warte, wirklich? Äh, ja. Das klingt cool. Ich hatte Lust auf was Neues. Ja, ja, aber du musst dafür hier den Willkommens-Melonen-Smoothie nehmen. Oh, da freu ich mich. Ich träg gerne Melonen-Smoothies. Äh, solange du mir nicht irgendwie einen Bräuler oder so anbieten möchtest. Ist das in Ordnung mit deinem Schnitzel? Könntest du gerne machen, weil ich muss unter... Ich bin selber unterwegs. Äh, ich muss zurück in Österreich. Ähm, ich hab nämlich mein Schnitzel noch auf dem Herd. Ja gut, äh, danke für deinen Besuch, Flo. Äh, tschüss. Ja gut, das klingt doch jetzt eigentlich mal ganz interessant. Ich bin eigentlich ziemlich gespannt, was er meint. Äh, er schickt mir die Koordinaten dann rüber. Und dann werden wir uns das vielleicht mal ansehen. Weil, Leute, ich meine, ich finde es zwar schön hier im Minecraft-Haus. Aber erstens, es ist einfach alles zersprengt hier. Und zweitens, ich hatte halt wirklich Lust einfach mal auf was Neues. Und, äh, vielleicht packen wir unser kaputtes Haus mit ein. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich würde mich freuen, wirklich mal irgendwie in eine neue Gegend zu gehen. Du nicht auch, Spaghetti? Äh, ich denke auf jeden Fall. All right. Leute, du warst es hier erstmal mit unserer heutigen Folge von Minecraft-Haus. Mal gucken, ob wir dann in der nächsten Folge oder demnächst mal umziehen. Wir werden uns das anschauen. Und, äh, ja. Abonniert auf jeden Fall unsere beiden Kanäle. Auch gern den von Flo. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und das da la pasta.